Markus Rindt erhält Erich Kästner Preis. Der Mitbegründer und Intendant der Dresdner Sinfonikers ist mit dem Preis des Dresdner Presseclubs geehrt worden. Gewürdigt wurde sein Engagement gegen Nationalismus und Abschottung sowie sein Einsatz für eine bessere Verständigung der Völker. So hatte Rindt mit dem Orchester im Juni ein Protestkonzert entlang der Grenze zwischen Mexiko und den USA gegeben. Der Erich Kästner Preis wird seit 1994 verliehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017